Hallöchen Leute, ich heiße euch, willkommen zu einem neuen Part von NDS Remix 2. Im letzten Part haben wir eine nette Runde gemacht und in diesem Part haben wir eine nette Runde. Wir fangen an mit Remix 2. Das ist der 2D Remix, es wird voll spannend. Love, Samus, erreiche die andere Seite, ohne Schaden zu nehmen. Ah ja, das ist das. Ah. Habe ich nicht den Super Blaster und sowas? Oh, nein, Moment, das ist ein Autorunner, okay. 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 Achso, ich habe die Screw Attack. Okay. Das erleichtert ein bisschen was. Trotzdem wäre ich sehr dankbar, wenn ich einfach fliegen könnte. Wobei die Screw Attack halt echt einiges erleichtert. Der Drecksack. Der Drecksack, der hat mich einfach erwischt. Habt ihr den gesehen? Was für ein Arschloch. Reiche die andere Seite, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Ich habe auch keine Angst vor dem Gegner mehr, weil ich weiß, dass ich die Screw Attack habe. Ich möchte mir anmerken, soweit wie ich gerade eben kam, werde ich bestimmt so schnell jetzt nicht wiederkommen. Er wird sehr deprimiert, Leute. Setzt euch. Wird ein langer Abend. Wird ein sehr, sehr langer Abend. Sowas von ein langer Abend. Das glaubt ihr gar nicht. Ah. Samus! Spring! Ich glaube, sie hat Schaden erlitten. Bin mir auch nicht sicher. Ja. Okay. Okay, wenn ich also springen loslasse, dann hört es ja so auf zu Screw Attacken. Finde ich gut, aber okay. Was soll man machen? Was soll man machen? Und, oh Gott. Einfach immer schön weit hüpfen. Dann kann doch eigentlich in der Theorie absolut nichts schief gehen. Nein! In der Theorie. In der Praxis schon. Gott, und die neuen Kopfhörer sind echt schrecklich für mich. Mir fällt nämlich gerade auf. Ich bin... Ich glaube, ich bin beim Aufnehmen ziemlich laut geworden. Kann das sein? Ah, ist schlimm. Das ist leer an den Kopfhörern, mit denen ich mich selber kaum hören kann. Schrecklich. Aber meine Nachbarn werden mich noch weniger mögen als sonst immer. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ich würde mich auch nicht mögen. Nein! Ja! Nein! Ja! 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 Gut. Ich glaube, es ist kein Rainbow. Ich glaube nicht, für Rainbow darf man nicht ein Leben verlieren. Wurde mir zumindest geschrieben. Wobei, ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, bei Rainbow ist doch nur die Zeit wichtig. Ja, wie auch immer. Nächste Lost Levels Mission. Ja, ich den Zielpfahl. Ich habe sechs. Das war gut. Ich habe sechs Leben. Das ist interessant und beängstigend. Missionen, in denen man sechs Leben hat, sind nicht unbedingt bekannter für leichte Missionen zu sein. Haha, shit. Ich dachte gerade, ich lege da einen guten Eindruck hin. Also eine gute Leistung und dann hat es sich erledigt. Okay, machen wir so. Ist okay. Fucking Piranha! Okay, die roten kommen also raus, auch wenn man daneben steht. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, Mario! Okay, start nochmal neu. Ich habe schon drei Leben verloren. Oh Gott, das ist gerade mal Nummer eins von vier. Lost Levels. Ich hasse euch. Nein! Geh, geh bitte weg. Danke. Du blöder Lakitu! Oh, ich hasse Lakitu so sehr. Das ist der Schlimmste von allen. Ernsthaft? Das ist halt wirklich. Können fragen, wie ihr wollt. Lakitu ist offiziell der Schlimmste Gegner von allen. Und man kann vom Zielpfahl noch runterfallen. So eine fiese Nummer. Reicht den Zielpfahl. Okay. Dann machen wir das. Okay. Aber Bruder, soweit nichts Ungewöhnliches. Okay. Paracrupa. Soweit auch nichts Ungewöhnliches. So ein Bewegungsmuster. Ist vielleicht neu, aber ansonsten. Ja, das war echt nichts Ungewöhnliches. Das war okay. Ich sehe Bullet Bills. Und... Uh. Uh. Na gut, dann machen wir nochmal. Bam. Ah! Der blöde Paracrupa. Okay. Okay. Machen wir, machen wir. Ja, ist kein Problem, Leute. Alter, wie der rutscht. Wie der rutscht. Warum rutscht der so viel? Das ist ja nicht mal eine Eiswelt. Aha. Blöder Luigi. Yay. Yay. Geh weg. Alter, wie hoch der hüpft und wie weit der rutscht. Nein. Ich hätte es glaube ich auch schaffen können. Okay. Okay, Fokus. Zusammenreißen. Konzentration. Das war keine Konzentration. So, ich mache nochmal weiter. Ist mir egal. Okay. Okay. Ich will es wenigstens nur einmal schaffen. Dann bin ich cool damit. Ja. Bullshit. Nachdem ich ein Continio aufgebraucht habe, schaffe ich es natürlich sofort. Ach du Kacke. Ah. War nicht gut. War nicht gut. Machen wir uns da nichts vor. Das war auch nicht gut. Machen wir uns auch da nichts vor. Ah. Okay, cool. Ah. Was? Entschuldigung, Bowser. Würdest du mal deinen geschweinigen Schildkrötenarsch da wegbewegen? Ist das der Ernst? So ein Bosskampf? Gott lost levels. Purer Bullshit. Okay. Oh Gott. Wie habe ich das gerade eben geschafft? Egal. Wir freuen uns einfach darüber, du fucking Bowser. Verkackter Bowser. Ihr seht schon, ich werde nochmal Game Over gehen. Wisst ihr was? Ist mir egal. Ist mir einfach egal. Schau, Bowser. Hüpf. Nein. So knapp. So knapp. Okay, nochmal. Ich werde das garantiert nicht versuchen. ohne den Kanteo zu schaffen. Er wird nichts. Kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird einfach nichts. Okay, jetzt lauf. Mario, du bist so ein. Alter. Weißt du das? Weißt du das, dass du so ein richtiger Alter bist? Weißt du das? Okay. Konzentration. Warum rutscht der immer so? Ich gehe mir voll auf den Sack. Okay. Okay, alles cool soweit. Alles cool. Er hat mich nicht mehr berührt. Aber okay. 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 Wenn das zählt. Na gut. Na gut. Dann soll es wohl so sein. Nein. Du blöder Bowser. Warum sprichst du nicht ausrechnet jetzt? Okay, nochmal. Wir machen das Ganze nochmal. Macht ja Spaß. Lost Levels. So viel Spaß. Wenn ich da einfach weitergegangen habe, dann hätte ich es geschafft. Gott. Ich hasse diese Mission hergera... Oh, ich hasse sie so sehr. Und ich habe noch nicht mal von denen angefangen... Dieses blöde Feuerteil. Ich habe nicht mal angefangen, über die Hitboxen von dem Kackfeuer zu reden. Die übrigens, weil so am Rand der angemerkt, gar nicht mal so super sind. Mein Mal erwischt sein, dein erwischt sein nicht. Und jetzt erwischt es mich wieder. Danke, Feuer. Vielen Dank dafür. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. So, jetzt. Nein. Du verkackter Bowser. Okay. Okay. Konzentration. Ich schaffe es jetzt, okay? Ich werde es jetzt einfach schaffen. Okay. Okay. Das ist... Nee, das zählt nicht. Ich schaffe es jetzt einfach. Okay. Okay, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen es jetzt einfach, okay? Okay. Okay. Absolut kein Problem. Das ist nur Lost Levels. Lass dich davon nicht unterkriegen, Mario. Yes! Yeah! Fucking Bowser! Crush Fry! Kack! Schildkrötenkopf! Okay. Das war gut. Yay! Ein Samus-Stempel! Okay. Machen wir einfach weiter. Ganz... Un... Auffällig. Sammle die Bomben ein. Klar. Wenn es um Bomben geht, da bin ich immer... mich der Erste, der sowas einsammelt. Dankeschön. Du bist gebombt! Yeah! Okay, ich muss hier Boden mit Bomben zerstören und durch die untere Tür gehen. Oh, ob es wohl dieser Block ist, den ich wegsprengen muss? Ich wundere mich! Ist das die untere Tür? Yay! Das ist die untere Tür. Sehr schön. Das war ein Rainbow, oder? Das war ein Rainbow. War ein Rainbow. Okay. War ein Rainbow. Gut. Schöner, schöner Rainbow. Damit kann ich was anfangen. Ah! Givikarus! Ich kenne das Spiel doch nicht und ich kenne es nicht und... Ah! Okay, wir schlagen die Statue mit B und retten den Centurio. Hallo, Centurio! Noch mehr Centurios retten? Alles klar. Ups. Ist eigentlich egal, wie viel Schaden ich hier nehme. Ich habe nicht gerade so das Gefühl. Zwei Centurios! Ich muss die zerstören! Ich dachte, ich soll sie retten. Ups. Ist auch nicht egal, wie viel Schaden ich nehme. Okay. Einfach nicht dumm in alle Gegner reinrennen. Dann... Okay, die Schlangen kommen nur, wenn ich dann direkt da drunter bin. Okay? Fuck! Ich habe doch... Ich habe... Alle seht, die Axt war mitten in seinem Kopf gesteckt. Habt ihr das gesehen? Mittendrin. Fuck. Okay. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht alle weg. Dankeschön. Fuck! Auch ernsthaft. Ein Game over. Ah! Nee. Hier, dass ich mir das Game over nicht gefallen. Das mache ich nochmal. Wir retten den Centurio. Du wirst gerettet, der Centurio. Yeah! Seht ihr? Geht voll schnell. Ertet den Centurio. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich hier wirklich machen muss. Deswegen... Ich kann... Okay. Das war interessant, denke ich. Wie er da unten durchslidet. Ich denke, es war interessant. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weißt du was? Ich habe eine revolutionäre Idee. Pass mal auf. Wir retten zuerst den oberen. Und dann machen wir Bäm! Und dann haben wir es geschafft. Wow! Was für eine brillante Idee, M.O.P. Dankeschön. Ich weiß. Er ist ein cleverer Typ, der Moggi. Ein cleverer Typ. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Yay! Level 15. Okay. So. Ja, ja. Ist ja gut. Ich habe noch ein Remix-Level. Ich habe schon verstanden. Ja, ich verstehe schon. Okay. Kann ich weiter machen? Dankeschön. Zelda 2. Darauf freue ich mich. Nein. Was habe ich da gerade gesagt? Siege den Eisenprinz. Oh Gott, nein. Ihr meint, der Typen, bei dem keiner weiß, wie man ihn wirklich besiegen soll? Ah, Alter. Zeig mir deine Schwachstelle. Ah, du Drecksack. Stirb. Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Und überhaupt. Ich habe ihn aber irgendwie besiegt. Ähm. Ja, 2 Sterne ist okay. Ist okay. Ich habe nicht echt keine Ahnung, wie man ihn besiegen soll. Das habe ich nie verstanden. Das werde ich nicht verstehen. Und ja, ich sage, ist mir auch echt egal. Punch Out. Das Finale. Yay. Bitcoins. Der Little Mac coole Bitcoins geholt. Okay. K.O. Treffer oder? Okay. Nimm dies. Yeah. Shit. Nein. Ich wollte gerade eben meinen Super-Duper-Schlag machen. Lass mir auffallen, dass ich den nicht machen kann. Okay. Yeah. Wie gefällt dir das? Yeah. Da taumelt er. K.O. K.O. Bevor die Runde endet. Okay. Shit. Haut zu, Alter. Trau dich. Shit. Das war nicht gut. Machen wir uns nichts vor. Das war echt scheiße. Schlag zu. Trottel. Shit. Was macht der jetzt? Nein. Nein. Was? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Geht ab. Steh auf. Wir brauchen dich. Im Boxkampf. Meine Boxring. Jetzt geht K.O. Nein. Jetzt geht K.O. Ernsthaft. Ernsthaft. Okay. Nochmal. Okay. Wir machen das, Leute. Ich weiß nicht, was der Vorteil von Tiefschlägen oder nicht so tiefen Schlägen ist. Das machen wir nochmal neu. Möchte ich meinen Sommerrande anmerken. Falls ihr euch wundert. Warum machst du keine Tiefschläge? Ich habe doch keine Ahnung, was die Scheiße bringen soll. Jetzt geht K.O. Yeah. Okay. Das war gut. Das war ebenfalls gut. Komm schon. Komm schon. Yes. Oh, war das gut. Okay. Bleib liegen. Bleib bitte liegen. Bleibt der liegen? Bleibt der? Nein, der bleibt nicht liegen. Shit. Okay. Jetzt macht er gleich den Super Bullshit, oder? Bei dem ich keine Ahnung habe, was ich dagegen machen soll. Nein, das ist noch kein Super Bullshit. Nein. Bullshit, Mann. Nein. Ich war gestunnt. Steh auf, Lin-Mack. Steh auf. Steh auf. Okay. Okay. Lin-Mack ist halt echt winzig, fällt mir gerade auf. Gott. Nein. Yeah. Ja. Stirb. Nein. Er macht den Super Bullshit. Hm. Wie soll ich den Super Bullshit denn ausweichen? Da bin ich bis jetzt so sehr ins kalte Wasser geworfen, möchte ich mal anmerken. Okay. Das bekommen wir hin. Das war gut. Okay. Das bekommen wir nochmal hin. Das wird super. Das wird so super. Das war fantastisch. Mein guter, Lin-Mack. Das war ein bisschen langsamer als beim letzten Mal. Aber fantastisch. Bleib liegen. Alter. Okay. Was hast du vor zu machen? Ich glaube, wenn er seinen Superangriff einfach macht, dann sollte ich keine allzu großen Probleme bekommen. Shit. Oh, mein Gott. Er macht ihn nicht. Yes. Schon. Yes. Oh, war das gut. Du merkst, du siehst voll scheiße aus. Das ist ein muskulöser Oberschenkel, mein Freund. Sehr muskulöser Oberschenkel. Hey, du hast bei dir K.O. gewonnen. Wir haben den nun einen Champion. Yay. Sieht doch Clues zu, wie er Lil Mac trainiert. Yeah. Yeah. Das ist der Shit. Oh, das ist glaube ich meine Lieblingsmission. Wisst ihr was? Vielleicht zum Kirby Tutorial ist das. Aber der Shit, Leute. Seht es euch an. Wie sie laufen und trainieren. Die Musik. Freiheitsstatue. Die Stadt. Das Scrolling auf mehreren Layern. Das ist super. Und man muss ihnen noch zusehen, wie einfach das Video läuft. Oh, das ist fantastisch. Rainbow. Yeah. Absolut solide Leistung. Mehr oder weniger. Eher weniger. Aber ein bisschen solide war sie schon, oder? Da habe ich zwei Dinge freigestaltet. Yay. Okay. Endlich Shinies. Schein. Reden wir nicht drüber. Darüber, wie es geschrieben wurde. Reden wir nicht drüber. Sammle sechs Münzen. Oh Gott. Nein, ich will nicht. Danke Mario, dass du... Achso. Der kann nicht immer hüpfen, weil er teilweise über den Blöcken ist. Macht Sinn. Ja. Okay. Das... Warte. Machen wir nochmal neu. Machen wir uns mal nichts vor. Aus dem Versuch wird nichts Gutes mehr. Okay. 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 Fucking Eisblöcke. Ich mag den Hintergrund hier. Der sieht aus wie mein Intro. Tut er wirklich. Sammle zwölf Münzen. Alles klar. Ah. Was? Wie schnell fallen die Blöcke denn runter? Naja, okay. Äh. Wundervoll. Sammle zwanzig Münzen, bevor die Zeit abläuft. Okay. Dann machen wir das. Wenn das von uns verlangt wird. Wollen wir mal nicht so sein. Doch. Zwanzig Münzen. Das ist mit uns schön. Okay. Da ist die letzte. Yes. Sammle fünfze Münzen. Oh nein. Das ist mit dem Fischi, oder? Blöder Fischi. Meinen den Fischi nicht. Nein. Der Fischi kommt näher. Der Fischi kommt. Er hat mich gefressen. Wollen wir... Naja, ich will neu starten. Ich glaube, da kann ich neu starten. Ich glaube, deswegen komme ich hin. Sammle sechs Münzen. Ich will neu starten. Ich möchte anmerken, die einzigen Plattformen sind Bullshit. Anmerkantin. Das war ziemlich schnell. Sammle zwölf Münzen. Dann machen wir das. Wenn du das so wünschst von mir spielen, dann machen wir das. Uncool. Uncool, Alter. Uncool. Okay. Uncool. Was zum Teufel. Was mache ich hier gerade falsch eigentlich? Ich meine, ich verstehe es gerade nicht so ganz. Alter. Wieso erwischt ihr es nicht? Wieso erwischt ihr die Münzen nicht? Warum habe ich nicht continue gemacht? War ein großer Fehler. Okay, jetzt sind wir schon wieder bei Bullshit. Das wäre das Ganze hier auch ohne so ein bisschen als klassiken Bullshit, okay? Ja, aber ich weiß jetzt, was ich hier machen werde, Leute. Ich werde einfach mal ein paar Plattformen gezielt runterfallen lassen. Das waren wieder nur elf. Okay. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Dankeschön. Da musste ich alle bis auf eine sammeln. Meine Güte, das ist Hardcore. Richtige Hardcore-Shit, den die davon einem verlangen. Nicht cooles Spiel. Ich bin doch Anfänger. Ich bin doch zu casual für sowas. Bedenkt das bitte. Nein, NES Remix ist im Grunde relativ einsteigerfreundlich. Ich denke, das könnte man sagen. Und yeah. Wieder nur ein Leben. Der blöde Fischi-Fischi, der will mich. Der will den Mario. Der will ihn. 15 Münzen. Yes! Woo! Das war gut. War es gut? Das war gut, oder? Das war gut. Rainbow? Ah, okay. Okay, dann vielleicht ein anderes Mal. Nee, will ich nicht weiter belästigen. Spiel. Dann ein anderes Mal in Rainbow für mich. Mario Bros. 3. 2. Warum sage ich immer 3? Wie siege Birdo und gehe durch das Tor, okay? Bist du ein Feuer, Birdo? Ja, du bist kein Feuer. Gibt es sowas wie Feuer, Birdo? Okay, diese komischen Puddingbecher. Warum steht der überhaupt so ein komischer Becher, wenn ich den nicht mal von dem Stück werfen kann? Okay, Birdo. Spucken ein Ei. Au. Nimm das Ei. Nein! Nein. Fucking Birdo. Dies. Dankeschön. Wieso hebt er es nicht auf? Danke, Mario. Das ist so. Oh, komm schon. Dies. Wie komme ich da jetzt hoch? So, okay. Nimm dies. Fucking Birdo. Nein. Ah, Mario Bros. 2. Ich meine, ich mag die. Ich mag die Bossmusik hier, aber ansonsten, okay. Ist mein 1erwurf, Mario. Muss man dir lassen. Komm schon. Neustart. Okay, Konzentration. Ich war doch kurz davor, oder? War ich kurz? Ich war kurz davor. Erzählt mir doch nichts. Erzählt mir doch nichts. Ich war doch kurz davor. Fucking Birdo. Oh, Gott. Ich habe sogar 4 Leben. Also, ich kann 4 Mal, 3 Mal getroffen werden, ohne zu sterben. Ernsthaft. Ist einfach runtergefallen, Mario. Das war cool. Danke. Mach bitte weiter so. Ah, die, die Eier erwischen. Was ist das? Was soll der Schwachsinn? Versteh's nicht. Ach, Gott. Weiß nicht mal, wie ich die am besten werfen soll, um Birdo damit zu treffen. Und die ist... Ja, natürlich nicht getroffen. Ist keine Überraschung soweit. Alter! Okay, Mario. Pass auf. Versuch mir was anderes. Versuch die Eier mal auf Birdo zu werfen. Und nicht auf den Boden. Alter. Das wäre ein Treffer gewesen. Nein, Trepp. Blöder Feuerball! Okay, ich hasse diese Mission. Ich hasse sie gerade sehr, sehr stark. Sie wäre keine optimistischen Gefühle in mir. Nichts. Alter. Alter, Mario. Alter. Würdest du bitte aufhören, so kacke zu sein? Okay. Das wäre super. Danke. Okay. Fuck! Aber okay, alles gut. Alles cool soweit. Nein! Nichts ist cool soweit. Alter. Okay. 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 Mach. Nein! Warum spuckst du überhaupt Feuerbälle, Birdo? Was ist dein Problem? Ach Gott. Dieser Kampf! Okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Nimm die scheiß Kugel mit! Geh da rein, Mario. Großer Gott! Geh durch das Tor. Mehr Birdo-Kämpfe! Oh, Junge! Was für eine gute Idee! Es könnte Spaßigeres geben. Mehr Birdo-Kämpfe! Yeah! Das wollen die Leute. Da haben sie Bock drauf. Der war nicht so übel. Trotzdem! Geh durch die scheiß Tür, Mario! Geh durch die Tür. Nicht auf die Tür. Geh einfach durch die Tür. Noch ein Birdo-Kampf, oder? Noch ein Birdo-Kampf. Äh. Okay. Oh. Ich muss gegen die Tür kämpfen. Klar. Was auch sonst. Nimm dies Tür. Ich muss gegen die Tür kämpfen. Scheint aber all... Äh. Okay. Scheint aber alles nicht so wild zu sein, wie der erste Birdo-Kampf. Wundervoll! Das war... Nervig. Sehr nervig. Und ich habe nur zwei Sterne bekommen und es ist mir vollkommen egal. Leck mich, Spiel. Leck mich, okay? Danke. Weiter. Also haben wir den hier. Halte dich am Warp-Stern fest. Okay. Machen wir das. Ähm. Äh. Was ist das? Oh Gott. Es geht so traumatisch weiter, Leute. Ich fliege einfach. Ich fliege einfach über alles drüber. Es ist mega halbselang dauert. Ich fliege einfach. Dann halten wir uns am Warp-Stern fest. Das wird super. Kollege. Au mich nicht mit deinem Bullshit. Was war das? Halbut halte ich am Warp-Stern fest. Ja. Danke, Kirby. Hm. 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 Das klappt so nicht. Hm. Das klappt nicht. Äh. Klappt nicht. Och komm schon. Warum ausrechnet Kirby? Ich will das nicht. Ja. Jetzt. Jetzt können wir mal richtig miteinander talken. Okay. Hat sich erledigt. Wir talken nicht miteinander. Hab mich dagegen entschieden. Jetzt können wir miteinander talken. Tja. Tja. Yeah. Kirby. Geh da bitte durch. Ich glaube, das war das Ritz des Lösungen. Ich muss eine scheiß Fähigkeit mit dem Warp-Stern. Ah. Kirby. Der Warp-Stern. Danke. Okay. Ich würde sagen, ich hab mir coole zwei Sterne damit verdient. Meine Fresse. Aber grafisch. Immer noch für NES. Meine Güte. Das sieht echt immer noch gut aus. Drei Sterne. Schön. Bin ich zufrieden mit? Bin ich zufrieden. Yay. Yay. Mehr Remix-Level. Yay. 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 Mehr Tanookis. Und mehr Super Mario Bros. Lost Levels. Ah ne. Doch nicht. Wir sind ja fast durch. Ich war kurz verwirrt. Remix 1. Dr. Mario Remix. Eliminiere alle Viren. Okay. Okay. Das habe ich kurz ein bisschen verpeilt. Eliminiere alle Viren in der Farbgebung. Okay. Ich glaube, es lässt sich einrichten. Oh Gott. Ich muss sagen, dieses Farbe wechseln ist mir gerade ein bisschen zu oft das Gimmick von dem Ganzen. Shit. Das war so dumm. Das war so dumm. Das wird dagegen gut. Das wird noch besser. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü-tü. Oh Gott. Es war richtig rum. Danke schön. Danke, 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 dass das richtig war. Okay. 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 Ist ja gut jetzt. So. Es dreht sich im Uhrzeigersinn. Oh. Yes. Es ist richtig. Oh mein Gott. Yes. Alter. Ich bin so gut, der Dr. Mario. Ich bin so gut. Uh. Okay. Zwei Sterne. Also, das ist mir egal. Ich wüsste nicht mehr, wie ich es schneller hätte schaffen sollen. Weiß ich halt echt nicht. Die Pillen waren scheiße. Wenn die Pillen scheißen, dann kann man nichts machen. Ja. Dementsprechend würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Sehen wir in den nächsten Platt. Eines Remix. Zwei. Fantastisch. Gute Nacht.